Die meisten Kinder bekommen normale Geschenke zum 12. Geburtstag. Das erste Smartphone. Das liebste K-Pop-Merch. Aber ich? Ein Höllenhund! Eher ein Höllen... Welpe. Und ich bin in die magische Welt meiner Vorfahren eingetaucht. Und jetzt will ich die Person retten, die ich am meisten liebe. Kein Problem für eine 12-Jährige, oder? Kein Problem für eine 12-Jährige, oder?